und damit herzlich willkommen zu einem neuen part hier im n64 mania wir zocken blast corps von rare 1997 und starten direkt damit durch machen new game auf deutsch ist wunderbar name eingeben ja doch das kriegen wir hin sehr gut mischen und räume den weg für den transporter freien okay ich kenne spiel gar nicht ja alle rd us und zerstöre die gebäude um das zweite roll zu erreichen ja danke dass man jetzt erstmal alle missionen am kopf geworfen kriegt finde ich super okay ich habe hier nichts davon gemerkt okay los geht's räume die gegenstände aus der gefahrenzone ach so okay so kam ich also wieder zurück ach drücke start drücke start und du kannst jetzt den weg des lkw betrachten so alles kaputt machen hier und ist an dem gebäude es ist nicht von großer bedeutung kann jedoch auch eine überraschung okay wir müssen also alles zerstören was ist ja ist es ist es gut kommt klar ich mich möchte einfach nur zocken einfach nur hier alles kaputt machen so so bäume weg hier ist ja nice so können wir das mal auch vernichten hier okay okay alles weg bashen hier okay das ist natürlich geil wir können hier wirklich alles bashen was hier auf dem weg liegt kisten können mit der schaufel der spoelters geschoben werden achtung dass die zünden automatisch Okay, weg hier. So, jetzt damit. Ui. Das macht Spaß. Wow. Okay, dich durfte ich wohl nicht treffen, oder? Ja, das war keine so gute Idee. Ach so, wir haben unseren eigenen Transporter zu stören. Na, alles klar. Cool, es ist nicht gut. Das war ja unser eigener Transporter. Oh, blödig. Oh, yo. Du musst mir doch nicht alles nochmal erzählen. Ich will mir das gar nicht durchlesen. So, weg damit. Ja, ist schon ein cooler Bund, oder? Einfach so... ...wumms, alles wegdonnern. So. Schön weg damit. Alter, fast ungekippt, ne? Okay, wir haben jetzt also alles jetzt beiseite geschafft. ...wumms, alles wegdonnern. Mission completed. Yeah. Tolle Sache. Monster Truck. Okay. Try this for size. Go for it. So. Komm schon. Ach, jetzt muss man Anlauf nehmen, ne? Ja, gut, ist auch kein Bulldozer, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Gibt's hier noch mehr Gebäude? Schau mal, das hier. Und zack. Weg damit. Es geht schon ein bisschen schwer mit diesem Ding hier, ne? Aber wenn wir ein bisschen Anlauf nehmen... Macht's auch nicht viel Unterschied. Sehr schön, wir haben's geschafft. Wird zu das Zeitfenster von sieben Minuten. Das ist Wahnsinn. Silberstart. Go for it. Okay. Okay. Jetzt haben wir leider nicht mehr unseren Stirm-Bulldozer. So, nice. So, weg mit dir hier. Komm schon. So. So. Das ist gut. So. Ah, da war noch nicht alles. So. 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 Scheiß Turm. Ah, ist schon ein bisschen crispiger mit dem. Das habe ich mit dem Bulldozer natürlich umso geiler. So. Schaufelader. Ach, wie auch immer. Oh nein, da ist noch ein Stück Nächstes Einfach nur kaputt bashen Schon ein bisschen feuchtes Game Der Weg ist frei Das sind wir hier nicht kaputt Doch, sind wir auch kaputt Oh nein Oh je, oh je, oh je Sind wir gegen unseren eigenen gerutscht Na ja, gut Kann passieren Aber ich würde sagen, wir haben gesehen, worum es in diesem Spiel ging Nämlich um die blanke Zerstörungsgut Ich möchte das Spiel verlassen, ja Und wir hatten einen Eindruck in Blast Corps Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschau